Hallo liebe Gewinnspielerinnen, hallo lieber Gewinnspieler, hier ist wieder euer Kefke von Kefke Wins und willkommen zu Neue Gewinnspiele, dem Vlog, in dem ich neue Gewinnspiele logischerweise vorstelle und das kurz nach dem Frühsport. Anbei findet ihr also eine kurze Auswahl an Gewinnspielen, die innerhalb von den letzten sieben Tagen freigeschaltet oder von mir entdeckt wurden. Die Gewinnspiele haben unterschiedliche Einsendeschlüsse und sind nicht nach diesen sortiert. Der früheste Einsendeschluss ist der 24.01. und bis dahin haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, einen Schal von Burberry oder ein echtes Wohnmobil von LMC zu gewinnen. Dazu später mehr. Kleiner Hinweis, ich bin weder Veranstalter dieser Gewinnspiele, noch habe ich eine Kollaboration mit den Veranstaltern. Ich stelle die Gewinnspiele lediglich vor und spiele auch selber mit. Ich übernehme keine Verantwortung über die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit der Gewinnspiele und deren Gewinne. Ferner trifft dieses auch auf sämtliche Links zu, die nicht auf Kefke Wins leiten. Da ich Namen von Firmen und Zeitschriften erwähne und somit unbezahlte und unaufgeforderte Werbung mache, enthält das Video die Information, enthält bezahlte Werbung. Dies ist natürlich Schwachsinn, aber YouTube hat eine solche Funktion nicht. Somit sollte sich das irgendwann einmal ändern, also dass ich eine Kooperation habe, für die ich Werbung mache oder die in irgendeiner Art und Weise bezahlt werde, teile ich euch das mit. Um an den Gewinnspielen teilzunehmen, müsst ihr besagte Links in der Videobeschreibung folgen und euch dort entsprechend eintragen. Ihr habt selber ein Gewinnspiel gefunden oder seid selbst Veranstalter eines Gewinnspiels und wollt es hier angeteasert sehen? Überhaupt kein Problem, schreibt es mir gerne in die Kommentare und oder sendet mir eine E-Mail an kefkewins.gmail.com. Für wen das zu schnell war, findet ihr in der Videobeschreibung auch. LVM verlost einen Segway Ninebot Max G30D E-Scooter, eine Nintendo Switch-Konsole mit Zubehör und ein Jabra Evolve 75 MS Wireless Stereo on ihr Headset. Bis zu welchem Betrag sichert sie die weltweite Internetvertragsrechtsschutz der Privatrechtsschutzversicherung ohne Rechtsschutzplus ab? Und die richtige Antwort hier ist bis 200.000 Euro. Ein Sendeschluss ist im Übrigen der 30.06.2021. Das GQ Magazin und Modiverso bieten uns die Möglichkeit, einen von vier 200 Euro Gutschein für den Modiverso Online Shop zu gewinnen. Bis zum 14.02. haben wir Zeit dafür und auch hier wieder der Link, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Vogue veranstaltet ein Gewinnspiel, bei dem wir neue Bettwäsche gewinnen können. Zu gewinnen gibt es hier nämlich zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, sondern ein Doppelbettwäsche Set aus der Satin Pure oder Pure Satin Collection aus dem Hause Hestens. Bis zum 13.02. haben wir Zeit daran teilzunehmen. Myself und Chibo verlosen gemeinsam einen 100 Euro Gutschein für die aktuelle Kollektion bestehend aus smarten Reinigungs- und Orientierungshelfern. Bis zum 15.02.2021 haben wir Zeit daran teilzunehmen. Noch einmal Myself und dieses Mal können wir ein Apple iPad Air in der WLAN-Version gewinnen. Hierbei handelt es sich um ein Bilderdrehspiel. Der Arbeitseinsatz ist ungefähr zwei bis drei Minuten. Bis zum 18.03.2021 haben wir Zeit dazu. My Best Friend hat einen Schal von Burberry für uns zu gewinnen. Das gute Stück kostet im Handel über 300 Euro und bis zum 24.01. haben wir Zeit daran teilzunehmen. Kribbelbund.de möchte einen 250 Euro Gutschein für Amazon loswerden. Der Einsendeschluss hier ist der 08.02.2021. Appenzeller hat eine von 10 Jura E8, also einer Kaffee-Vollautomaten-Bat sowie 33 Käse-Genuss-Pakete für uns. Bis zum 31.01. können wir unseren Los in den Lostopf schmeißen. Men's Health sorgt dafür, dass wir fortan nicht mehr zu spät kommen und genau wissen, wie es um unseren Herzschlag bestimmt ist. Hier können wir nämlich eine Alpina Ex-Alive-Uhr von Alpina gewinnen. Die Frage, die ihr beantworten müsst, wann ist die Firma Alpina gegründet worden? Und die Antwort ist logischerweise 1883. Als Rennsporn-Fan weiß man das. Bis zum 3.02. haben wir Zeit, daran teilzunehmen. Die Bauwelt hat eine Novus Vita-Juße als Gewinn, damit wir genug Energie und Vitaminen tanken können, wenn wir weiterhin Gewinnspiele machen. Und dann läuten wir auch schon die Zielgerade ein, denn wir sind bei Sportschau angelangt. Die haben nämlich sich für das Tor des Jahres 2020 etwas Tolles überlegt. Hier können wir nämlich das Tor des Jahres 2020 wählen und mit etwas Glück ein LMC Jubiläumsmodell Van G 643 G gewinnen. Der Gegenwert liegt ungefähr bei 50.000 und ein bisschen. 24.01.2021 ist der Stichtag. Und den Abschluss macht heute die Autobild mit der Umfrage die besten Marke aller Klassen oder Markehennen aller Klassen. Im Tausch gegen die Teilnahme an die Umfrage können wir eines von drei Autos zu gewinnen. Zum Beispiel einen Audi A3 Sportsback TFSI E, einen Hyundai i20 1.0 GDI 48V und ein Kia Sorento PHEV. Und das war es dann auch schon mit dem Gewinnspielblock Neue Gewinnspiele für heute. Euch einen schönen Start in den Tag. Bleibt gesund. Macht es gut. Bis bald. Euer Kefke von Kefke Wins. Hat Spaß gemacht mit euch Gewinnspiele zu suchen. So. Macht's gut. Ciao. Mann mal. Gefke von Kefke von Kefke. Vielen Dank.